Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Wir würden gerne ein Zimmer buchen und zwar im Continental. Im Continental, wer es nicht kennt, das ist das Hotel aus der Welt des John Wick. Und wir, das sind nicht, oder bin nicht ich alleine, sondern ich habe den Manuel endlich mal wieder hier am Start. Hallo Manuel. Ja, freut mich. Guten Abend Timo. Schön, dass wir auch mal zusammen was besprechen können und im Continental einchecken dürfen. Richtig. Da haben wir nämlich im Vorgespräch festgestellt, dass wir beim Tele-Stammtisch noch nie was zusammen gecastet und produziert haben. Da musste endlich mal, da musste erst die Welt des John Wick auf uns zukommen, um da uns quasi miteinander zu verhaften. Genau, da kann ich mit leben. Ja, ich auch, muss ich sagen. Denn wir haben auch schon im Vorgespräch geklärt, wir haben uns die ersten drei Folgen, beziehungsweise die drei Folgen aus der Mini-Filmserie müsste man sagen, der Continental aus der Welt von John Wick. Das ist ein Peacock Original. Das läuft bei uns aber nicht bei Peacock, sondern bei Amazon Prime könnt ihr das seit heute, wir nehmen heute am Freitagabend auf, seit heute könnt ihr die erste Folge gucken und die nächsten zwei Folgen werden dann in den nächsten Wochen folgen. Das Ganze spielt in der Welt von John Wick und das muss natürlich von uns dann einmal behandelt werden, wie wir denn überhaupt zu dieser Welt von John Wick stehen. Wie geht es dir, Manuel, denn mit der John Wick-Reihe? Mittlerweile ja immerhin vier Teile umfassend und demnächst ja auch, ich glaube 2024 kommt noch so ein Spin-Off mit Anna der Amas namens Ballerinas raus. Mir geht es, muss ich sagen, sehr gut mit John Wick. Ich habe damals den ersten Film gesehen mit, ja, man wusste irgendwie gar nicht so richtig, was auf einen zukommt. Und irgendein Typ, der auf Rache fällt, so geht, weil sein Hund gestorben ist und auf einmal eskaliert alles. Das fand ich ziemlich beeindruckend, hat Spaß gemacht, war immer super gut inszeniert. Der zweite Film fand ich dann so, hat schön nochmal diese Welt angefangen aufzumachen und das finde ich eigentlich immer ziemlich spannend, was auch so ein Grund ist, warum ich eigentlich sehr gehypt, sage ich mal, oder gespannt zumindest auf jetzt die Miniserie gewesen bin. Ich muss sagen, dass beim dritten hat mir dann so ein bisschen dieses more of the same feeling ist dann schon eingekommen, hat sich eingestellt, weil es schon viel, ja, draufhauen und er macht jetzt hier noch einen Typen platt und hier noch einen Typen platt und so weiter. Da fand ich so ein bisschen, hat es so ein bisschen nachgelassen und ich wusste noch nicht so recht, was ich jetzt vom vierten dann, der kam dieses Jahr, halten sollte. Und den, muss ich sagen, finde ich aber wieder ein absolutes Brett. Den fand ich einfach richtig schön inszeniert, ein paar sehr tolle Action-Set-Pieces dabei und hat mir wieder richtig Freude gemacht, muss ich sagen. Und darum war ich, und der hat einen ja auch so richtig stark reingezogen in diese Parallelwelt von John Wick und das fand ich jetzt dann cool im The Continental, in der Miniserie, dass das dann so ein bisschen weiter gehandelt wird. Wie war das bei dir? Ich bin fast komplett bei dir. Ich mag ja den ersten witzigerweise immer noch am liebsten, weil er so dieses leicht Minimalistische noch hat und ich finde den grundlegenden Konflikt, also ich meine, es geht, wenn man so sagt, das ist doch alles nur ein Hund, um den es geht, das ist ja halt völliger Quatsch, weil der Hund bedeutet ja viel mehr für John Wick. Und ich mag den ersten wirklich, ich hab das jetzt im Zuge des vierten, als der ins Kino kam, hab ich die ersten drei mir nochmal angeguckt. Der zweite war bei mir immer so ein Bäumchen-Wechsel-Spiel. Beim ersten Mal gucken fand ich den stärker als den ersten, beim zweiten Mal fand ich ihn deutlich schwächer als den ersten und jetzt beim dritten Rewatch war wieder so, dass ich dachte, ah, ist halt doch vielleicht ein kleines bisschen besser, weil, und da bin ich genau wie du, ich mag dieses World-Building, was John Wick so langsam dann etabliert hat. Das heißt, dass das immer umspannender, umfassender wurde und irgendwann hast du halt gemerkt, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Krux an der John Wick-Reihe, dass das halt der Realität völlig enthoben ist, weil da einfach, da wird auf irgendwie öffentlichen Plätzen, wird sich erstochen, wird gefeitet, wird geballert und die gucken alle gar nicht. Das ist das völlig egal. Ich fand das im vierten, den ich, ich fand den wirklich, und das ist natürlich der Elefant im Raum, ich fand den deutlich zu lang für einen Action-Film. Ich war erst ab Berlin richtig an Bord. Ich fand die erste Stunde, die ersten 75 Minuten haben sich für mich ein bisschen gezogen, aber ab Berlin war ich dann total an Bord, musste dann aber auch da feststellen, ey, ich meine, wenn da irgendwie auf dem Dancefloor rumgefaltet, rumgeballert wird und es interessiert einfach keinen, es wird weiter gedanst, dann darf man sich wirklich nicht mehr den Kopf machen, ist das jetzt irgendwie Realität oder ist das Realismus? Das ist halt wirklich völlig enthoben von sämtlicher realen Welt. Ja, ich glaube, darauf muss man sich bei den Filmen auf jeden Fall einlassen, dass man da wirklich nicht mehr wirklich einen Realitätsbezug haben kann, gerade dann in der, in den finalen Szenen auf dem vierten Film und das setzt sich dann in der Serie, würde ich sagen, jetzt auch so ein bisschen fort, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Genau, die Continental hat den schönen Untertitel From the World of John Wick oder auf Deutsch Aus der Welt von John Wick, spielt in den End-70er Jahren in New York und ist natürlich das titelgebende Hotel, das wir von dem guten Winston, gespielt von Ian McShane, aus den Filmen kennen und wir lernen allerdings hier den jungen Winston kennen und ein bisschen die Umstände, in denen er gerade sich befindet. Es ist ein dreiteiliges Event und es hat doch ein bisschen Story und magst du so ein bisschen zusammenfassen, worum es denn im Groben geht, ohne dass wir jetzt den Hörer in den Spaß komplett verderben und vielleicht zu sehr spoilern? Ja, ich hoffe, wir können gut über die Serie reden, ohne zu spoilern. Es wird schwierig, aber ich versuche es mal, wie du ja schon sagst, das Spiel ist in den 70ern und wir erfahren, wie im Grunde Winston Scott sich versucht, gegen Cormac, gespielt von Mel Gibson, der der momentane Manager von dem Hotel in New York ist, zu behaupten. Und im Grunde ist so ein bisschen, sind es ja, wie du sagtest, drei Episoden und im Grunde ist jede Episode Spielfilmlänge und das heißt, man hat sehr viel Zeit auch zu erzählen und es ist so ein bisschen, dass es so ein typisches Filmakt für die drei Episoden gibt, finde ich. In der ersten Episode gibt es so ein bisschen, worum geht es eigentlich? Es gibt dann, ich glaube, das kann man schon sagen, dass Winston ja auf der Suche nach seinem Bruder erstmal ist, um die ganze Story anzufangen und ganz am Anfang sieht man auch eine Aktion, die der Bruder macht und daraufhin versteht er erstmal, okay, was ist hier eigentlich los? Und dadurch wird der Zuschauer so ein bisschen mitgenommen, was eigentlich die Umstände sind. In der zweiten Folge haben wir dann so ein bisschen Teambuilding, sag ich mal, er versucht sich ein Team aufzubauen, mit dem er seinen Plan umsetzen kann, den er dann auch in der zweiten Folge eben schmiedet. Und es gibt so ein paar andere Figuren, die jetzt nicht nur in seinem Team sind, sondern auch so ein paar Gegenspieler sind, zum Beispiel hier die Agentin Katie und in der dritten Folge ist dann so das Action-Spektakel, wo sich die ganzen Handlungsfäden, sag ich jetzt mal, zusammenführen und die Spannung löst und alles in einem großen Spektakel im Grunde, ja, auflöst, sag ich mal. Ich glaube, viel mehr würde ich storytechnisch gar nicht unbedingt erzählen an dieser Stelle. Wir wollen euch nämlich einerseits den Spaß nicht verderben und das Entdecken überlassen und andererseits geben wir es auch ehrlich zu, wir haben von Amazon auch so ein paar Regeln bekommen, was wir nicht so enthüllen dürfen. Das sollt ihr nämlich alles selber entdecken und das ist auch okay so. Deswegen seht es uns nach, wenn wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kryptisch bleiben und vielleicht ihr dann sitzt und denkt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, aber noch gar nicht reingeschaut habt, was muss ich mir denn jetzt darunter vorstellen? Deswegen nur so zur Erklärung, dass wir vielleicht an der anderen Stelle nicht ganz konkret werden können. Konkret werden können wir allerdings über, wie ich finde, eine der bei mir immer größten Fragen, wenn es so eine Art Ausbildung bzw. Weitervertiefung eines Kosmoses gibt, das allerdings dann ja in so einer Art Prequel gewandt. Wie geht es denn dir mit dieser Prequel-Situation, dass wir es hier mit dem jungen Winston zu tun haben, den wir ja aus der Originalreihe schon kennen? Also ich muss sagen, ich finde sowas immer total geil. Also ich finde das immer super schön, wie man sieht, okay, wie entwickeln sich die Figuren, wie haben die, was hat es eigentlich vor dem Leben, was man jetzt irgendwie aus irgendeiner Filmserie oder Filmgeschichte kennt, was ist denen vorher ergangen? Wie wurden deren Charaktere irgendwie geformt und zu dem, was sie sind und welche Schicksale haben sie vielleicht auch hinter sich, wo in den Filmen unbedingt oder in den Vorgängerfilmen dann irgendwie bisher gar nicht so viel geredet wurde? Und was ich dann jetzt hier ganz nett finde, ist, man trifft dann so im Verlauf der Zeit eben die jungen Protagonisten, die man aus den Filmen kennt, wie dann zum Beispiel den Concierge oder ich vermute die Vorgängerin von dem Charakter von Lawrence Fishburne und so weiter. Und das finde ich eigentlich immer extrem spannend, muss ich sagen. Nimmt es für dich nicht so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die Spannung, wenn du schon weißt, dass es jetzt mit der Hauptfigur Winston, wenn wir jetzt die Original-John-Wick-Reihe kennen und Spoiler für John Wick 1 bis 4, habe ich jetzt ja gelernt, dann soll man immer eine kleine Pause machen, damit die HörerInnen auch Chance haben, kurz zu skippen. Also Spoiler für die John Wick-Reihe. Winston ist ja eine der Figuren, die auf jeden Fall die Geschehnisse der Teile überlebt. Mit dem Wissen macht das für dich nicht so ein bisschen die Spannung kaputt bei The Continental? Nee, tatsächlich finde ich das eigentlich sehr selten ein Problem. Ich finde eigentlich, dass man da, ich finde oft, man hat so, hört man dann irgendwie, ja, aber ist es nicht irgendwie klar, worauf das und das hinausläuft und dann ist es ja langweilig. Aber auf der anderen Seite musst du auch, kann man eben den Weg dahin auch einfach sehr gut erzählen. Und ich finde das dann keinesfalls langweilig, nur weil ich weiß, dass am Ende die Person überlebt, die andere Person in dem und dem Zustand ist oder in der Situation sich befindet und so weiter. Und ich finde es eigentlich spannend zu beobachten, wie man da hingekommen ist. Fattest du das deswegen irgendwie weniger spannend? Und das, es geht, für mich hat erstmal am Anfang gerade der ersten Folge oder des ersten Spielfilms so ein bisschen das Problem dargestanden, was du andeutetest. Wir haben hier natürlich irgendwie so eine klassische Spielfilmstruktur mit erster, zweiter, dritter Akt. Aber gleichzeitig merke ich so in der ersten oder merkte ich in der ersten Folge, dass hier schon sehr, sehr viele Figuren erstmal etabliert werden müssen. Und sehr, sehr viele Leute vorgestellt werden mit teilweise so ein bisschen dem Gefühl, der, ja, die Jugendlichen würden sagen, dass es ein bisschen random ist. Also dass es ein bisschen beliebig wird, dass es erstmal gar nicht klar ist, so wie die zusammenhängen. Und im Laufe der, des Serien-Events wird so, wird so deutlich, wozu diese Figuren eigentlich alle in Stellung gebracht wurden. Da muss man also so ein bisschen durchhalten. Das ist so der Punkt, den ich als Erste, auch wie ich ja zugeben muss, nicht der ultimative Serien-Fan. Ich mag ja sehr gerne mal was Abgeschlossenes gucken, aber ich hatte dann doch der Reiz, diese Prequel-Serie zu sehen. Der war für mich größer als das Hindernis, dass es jetzt irgendwie dreimal 90 Minuten ergibt. Ja, also, wenn ich kurz einhaken soll, also die Serie lässt sich schon viel Zeit. Also dadurch, dass, ich wusste gar nicht, dass es nur am Anfang, dass es nur drei Episoden sind und war ein bisschen geschockt von der Laufzeit. Und hab dann gemerkt, ah, okay, es gibt nur diese drei Episoden. Was natürlich im Grunde ist es dann wie eine sechs- bis acht-völkige andere Serie, sag ich jetzt mal. Aber dadurch, dass jede Episode so aufgebaut ist, wie ich beschrieben habe, ist es schon so, dass natürlich am Anfang gerade sehr viel Zeit sich gelassen wird für den Aufbau. Ich finde aber, dass man dadurch am Ende schon belohnt wird, weil sich dann eben alle Handlungsstränge zusammenkommen. Und man versteht, ah, hier, das war die Situation, hier hat diese Person sich das angeguckt und das ist daraus geworden, hier kennen sich die beiden oder sowas. Und das finde ich, man muss halt durchhalten in dem Fall, aber durchhalten ist ja in dem Fall jetzt auch nicht so lange. Nee, das muss ich auch sagen. Also das ist diese, dann ja insgesamt knapp 270 Minuten, das könnte man jetzt sagen, das sind ja zwei bis zweieinhalb Spielfilme, die man sich sonst so angucken würde. Und wer mit der Struktur Probleme hat, das ist 93 Minuten. Ich meine, Netflix experimentiert seit Jahren so ein bisschen mit der Folgenanzahl und mit Folgenlängen. Ich glaube, Stranger Things hatte teilweise Folgen, die eine Stunde, zwei oder zwei Stunden gedauert haben in der letzten Staffel. Habe ich zumindest bei der Masterclass 2 beim Tele-Stamtisch gelernt. Ich habe ja keine einzige Folge Stranger Things in meinem Leben gesehen, aber das habe ich gelernt. Sehr gut. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn wir eine Serie haben, die fürs Fernsehen oder fürs Streaming erscheint. Ist das denn überhaupt so von der jeweiligen Gestaltung her was fürs Auge? Wie fandst du denn so den Look und Feel von The Continental? Den fand ich tatsächlich sehr spannend und schon ein bisschen unerwartet, muss ich sagen. Also insgesamt ist es, ich weiß nicht so recht, wie ich es beschreiben soll, aber es hat so ein bisschen so einen Retro-Look, würde ich sagen, auch wie das Intro irgendwie angelegt ist. Es ist alles sehr, schon ein bisschen düster und rote Farben. Und man merkt aber auch, dass man sich irgendwie in so einer kleinen, was heißt klein, in so einer Welt befindet, die in einem eigenen Universum halt spielt. Und inszenatorisch fand ich es eigentlich alles schon ziemlich gut gemacht. Kann aber jetzt nicht, würde ich sagen, mit den Filmen von John Wick unbedingt mithalten. Aber das ist jetzt nicht unbedingt von meiner Seite ein Kritikpunkt, würde ich sagen, sondern es ist einfach der Sache geschuldet. Es ist halt dann doch schon eine Serie und dafür ist es schon ziemlich gut gemacht. Ja, das finde ich auch. Also ich muss, ich habe nun an einigen Stellen in der Vorbereitung die Kritiken aus den Staaten gelesen. Und die waren ja eher so, das sollte bei eben nicht John Wick da draufstehen haben, weil immer wenn es den Vergleich gibt, dann schneidet, kann das nur scheitern und verlieren. Und das fand ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich finde gerade der Look für eine TV-Serie ist extrem gut, sieht extrem filmmäßig aus. Das liegt, wie ich finde, auch an den, zumindest an den ersten beiden Folgen, an dem Regisseur, das ist ja der Albert Hughes, der gemeinsam mit seinem Bruder The Book of Eli oder From Hell gemacht hat. Und das sieht einfach schon nach Film aus. Das mochte ich einfach sehr, sehr gerne. Und das, obwohl ich persönlich, außer natürlich dem Mel Gibson, zu dem wir gleich noch was sagen werden, aber das haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt, wir werden uns ausschließlich mit der schauspielerischen Leistung von Mel Gibson auseinandersetzen und den persönlichen, privaten Kram, den lassen wir hier mal schön außen vor. Das kennt ihr bei uns beim Tele-Stamm, das haben wir bei Ezra Miller und The Flash auch so gemacht. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir hier irgendjemanden in Schutz nehmen wollen, sondern einfach, wir reden über den Schauspieler Mel Gibson und seine Leistung und nicht darüber, was er vielleicht im Privat manchmal für unschlaue und unkluge Kommentare von sich gibt, hinsichtlich Religion oder sonstigen. Das ist nur schon mal vorangeschickt. Mir persönlich, ich war erstaunt, wie wenig bekannte Gesichter da nämlich drin sind. Darauf wollte ich eigentlich hinauskommen. Ich kannte, ich hatte so bei ein, zwei das Gefühl, ja, habe ich irgendwo schon mal gesehen und nur bei Mel Gibson und natürlich bei dem Darsteller von Winston Scott, dem Colin Woodell, den kenne ich persönlich aus The Flight Attendant und das ist es dann aber auch. Den Rest kannte ich tatsächlich nicht. Wie war das bei dir? Also waren dir die Darsteller in Anführungsstrichen bekannt Gesichter genug oder war das für dich alles neue Gesichter und du dachtest, muss ich erst kennenlernen? Ne, wie bei dir fand ich alles neue Gesichter. Ich muss gestehen, ich habe am Anfang auch gar nicht erkannt, woher ich Colin Woodell kenne. Musste es dann erst mal googlen und dann, ah, Flight Attendant, okay, Ambulance hat er auch mitgemacht, auch wenn ich da jetzt nicht mehr weiß, welche Rolle er hatte. Aber genau, finde ich auch eigentlich, muss ich sagen, relativ, ich mag das gerne, wenn Schauspieler, die gut sind, die man noch nicht kennt, aber sich dann eben entwickeln und dann hat man noch nicht so ein voreingenommenes Bild von Charakterrollen, wie man die jetzt zu interpretieren hat oder aus welchen Filmen man sie kennt. Und das hat mir hier eigentlich gut gefallen, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass hier irgendwer aus der Reihe tanzt, den ich nicht so gut fand schauspielerisch. Also das hat mir eigentlich gut gefallen und das hat irgendwie Chance gegeben, weil die auch dadurch, dass sie junge Leute verkörpern, hat das, oder jetzt nicht alle, aber die meisten, hat das eigentlich gut gepasst. Und ich fand auch, was sich so ein bisschen einreiht in die Passung und in das, ja, wirklich gute Umsetzung oder in die gute Umsetzung des Settings, ich hatte immer, wenn die Serie so ein bisschen versucht, ich sag jetzt nicht auf eigenen Füßen zu stehen, aber zumindest sich ein bisschen zu emanzipieren von seinem Kern, nämlich der John Wick-Reihe, da wirkte sie für mich doch erstaunlich, ja, ich würde jetzt mal sagen, Scorsese oder auch Ritchie, also Guy Ritchie-haft, so wie die Gangster-Filme von Guy Ritchie. Und da merkt man schon, dass da bei den Produzenten und Showrunnern ja so ein paar bekannte Leute dabei sind. Natürlich ist da der Derek Colstead, der also alle, ich glaube, bis auf den vierten hat er, glaube ich, alle Drehbücher zu John Wick geschrieben und da auch mitproduziert. Aber bei den Produzenten ist ja zum Beispiel auch das Gespann aus der Deadpool-Reihe, diese Reed Reese, Paul Wernick, diese Dudes sind da auch noch dabei. Und da merkt man schon so, also ich fand gerade in der ersten Folge, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, kannst du gleich was zu sagen? Ich fand es schon erstaunlich, wie viel Musik hier vorkam. Also man versucht uns quasi so diesen 70er Jahre New York oder dieses 70er Jahre New York so zu verkaufen, macht das auf der Bildebene, wie ich finde, total gut, in dem sie ein sehr, sehr dreckiges, ein sehr, sehr, noch nicht so, wie man es heute kennt, so ein glamouröses, gelacktes New York-Zeichen, sondern eher so dreckig, nebliges, mit viel Müll auf den Straßen vorhanden. Und dann natürlich uns irgendwie einen 70er Jahre Song um die Ohren schmeißen nach dem anderen. Wie ging es denn dir mit den, ja, heutzutage so als Needle Drops bekannten Musikeinsprängselungen und generell mit dem, mit dem, mit der Umsetzung des Settings in New York? Also insgesamt ist der Haufen an Notizen auf meiner OneNote-Seite hier sicherlich die Musik am größten tatsächlich. Also die war mir auch aufgefallen und zwar sehr positiv. Ich bin da leicht zu kriegen, glaube ich, aber ich fand das wirklich gut gemacht. Ich fand, dass die Musik sehr gut, also alles bekannte Songs, würde ich jetzt mal fast behaupten, und dass Songs immer sehr gut eingesetzt wurden, um auch die Szene, in der sich das gerade abspielt, was wir auf dem Bildschirm sehen, widerspiegelt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, geht jemand in ein afroamerikanisches Viertel in New York, in einen Plattenladen und dann hat man da irgendwie passende Musik oder man hat an ein, zwei Stellen kommt, ich sag's nicht, kommen verschiedene Songs, die man kennt. Meine absolute Lieblingsszene, ich glaube fast der ganze Serie, spielt in einem verlassenen Kino, wo sich der Song, was war's, Without You von Harry Nielsen spielt und dieser, der gibt dann die Emotionen einfach sehr gut wieder, dann verstummt dieser, weil spannende Dinge passieren und das Ganze, die Situation eskaliert dann am Ende mit dem Refrain von dem Song, der da durch die Lautsprecher schallert und das hat einfach, also weiß ich nicht, hat wunderbar für mich funktioniert und fand ich ziemlich toll. Also Musik war für mich ein sehr positiver, großer Aspekt in der ganzen Serie. Wenn ich zur Inszenierung in New York oder was du meintest noch sagen würde, ich fand manchmal, hat es sich ein bisschen klein angefühlt. Damit will ich sagen, zum Beispiel gibt's ja ein Dojo in Chinatown und ich hab immer irgendwie das Gefühl, man merkt schon, dass Sets sind und das alles nicht über diese eine Straße, die man jetzt gerade sieht, hinausgeht. Und das fand ich manchmal ein bisschen, ja, vielleicht so auffällig, würde ich sagen. Das war mit ein paar der Sets, die da waren, der Fall fand ich, aber immerhin hatte ich das Gefühl, das waren echte Sets. Das war jetzt kein Volume wie bei diversen Star Wars Serien oder so. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging. Ja, das muss ich sagen und ich finde es geschickt umgesetzt. Also man merkt natürlich, dass hinter der Kamera mit Peter Deeming, zumindest in einer der drei Folgen, war der gleiche Director of Photography, also der Chef-Kameramann, wie man es auf Deutsch sagen würde, der natürlich bei Lynch sowas wie Mulholland Drive macht und bei The Menu zum Beispiel die Kamera geführt hat und natürlich auch bei From Hell, sprich einem der Hughes-Filme. Und das merkt man. Er kann also das, was er dann vor der Linse hat, schon echt extrem gut umsetzen, muss ich sagen. Und so kann er die eine oder andere, das ist mir auch aufgefallen, die eine oder andere Kleinigkeit sozusagen, dass das Universum jetzt nicht, es sieht halt nicht aus wie New York am Stück, sondern es ist halt so ein bisschen so, okay, das ist ein kleiner Schnipsel von New York und das ist auch ein kleiner Schnipsel. Das kann ja ganz gut kaschieren durch seine, wie ich finde, sehr, sehr solide und herausragend solide Kameraarbeit. Den zweiten DP, den spreche ich lieber nicht aus, das das ich lieber, den kennt man auch eher so aus Fernsehware. Und das ist ja auch bei der Regisseurin der dritten Folge, bei Charlotte Brandström, die kennt ihr wahrscheinlich aus den Recaps hier beim Telestammtisch aus der Ringe der Macht-Serie von Amazon. Da hat sie also gleich wieder, ist sie in Anführungsstrichen nicht beim gleichen Streamer gelandet, weil ja eigentlich eine Peacock-Original-Serie da am Start ist, aber im Endeffekt landet sie auch wieder bei Prime. Darf ich dir eine Frage stellen? Immer. Ich fand so ein bisschen, wir hatten ja gerade Kameraarbeit, so ein bisschen Inszenierung und so, ich fand manchmal, wenn ich was kritisieren müsste noch, dass gerade in Action-Szenen hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Schnitte und die wo stehen jetzt Figuren und wie verhalten sie sich und wo gucken sie hin und was passiert gerade, manchmal ein bisschen komisch war. Und was ich so ein bisschen nicht gewohnt war von John Wick, weil der ja alles schon sehr choreografiert war. Und ich hatte manchmal das Gefühl, das war ein bisschen off. Ich weiß aber nicht, ich kann es nicht irgendwie mehr beschreiben als dieses Gefühl. Und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht nur mir so ging oder ob so auch irgendwie was in der Richtung aufgefallen wäre. Also ich bin da bei dir, das wirkt alles doch im Vergleich zu John Wick, was die Action angeht, ein kleines Stückchen unterlegen und kleiner. Also die Übersichtlichkeit fehlt mir an der einen oder anderen Stelle, wenn es um einen Fight geht oder um einen Shootout. Das ist alles, ich finde ja auch, du hast es vorhin bei der John Wick-Reihe gesagt, das ist dann irgendwie ab Teil 3 manchmal more of the same. Aber weil es so extrem gut choreografiert ist und so extrem elegant gefilmt ist, fällt es dann manchmal gar nicht so sehr auf, sondern man ergötzt sich so ein bisschen an den schönen Bildern. Und dieses, das stellte sich bei mir in der ersten Folge bei dieser Treppenhaus-Szene ein. Die fand ich wirklich extrem gut choreografiert. Da dachte ich ja, okay, da merken die MacherInnen, das ist halt John Wick und das sind Fans, die das sehen wollen. Also zeigen wir ein bisschen was, was wir können. Aber das nimmt so im Laufe der Serie ein bisschen ab, was die Action angeht. Und bei der Härte, das wäre die Frage, die ich dir als nächstes stellen würde, wie findest du da? Die John Wick-Reihe ist ja nur mit Kopfschüssen und sehr blutigen Shootouts, die meist aber aus dem Rechner kommen, ja relativ explizit. Wie ist denn das bei The Continental für dich gewesen? Ich finde ja teilweise ist John Wick für mich schon ein bisschen zu explizit. Das heißt, ich kann da gut drauf verzichten, wenn jetzt nicht gerade jemandem das Messer direkt ins Auge gerammt wird und da mit der Kamera drauf gehalten wird. Das heißt, ich fand sie eigentlich für mich besser, weil ich das Gefühl hatte, es war schon weniger explizit. Und es gab weniger Szenen, die jetzt so hart waren. Eigentlich kann ich mir jetzt nur an einen erinnern. Stichwort Bügeleisen. Okay, zwei. Stimmt, die war schon explizit. Mein anderes Stichwort wäre Billardkühl gewesen. Aber der war ja auch von relativ weit weg gefilmt. Also ich würde sagen, von der Härte, das ist deutlich zugänglicher als die John Wick-Filme, was vielleicht nochmal für, ich weiß nicht, vielleicht manche finden es gut, für andere fehlt dann vielleicht was. Ja, also wir haben ja nicht irgendwie ein Gore-Festival, das muss man an dieser Stelle sagen. Aber ich hatte vorhin schon mal den Namen Scorsese reingebracht, wer also so Casino oder Goodfellas kennt, der wird ja auch wissen, dass da oder die eine oder andere Gewaltspitze dabei ist, wo man schon ein bisschen ins Staunen kommt, dass die FSK das beides mit 16 durchgewunken hat. Hier muss ich sagen, ist es schon so, dass dieses Dreckige auch in diesen Szenen immer ganz gut zur Geltung kommt. Wenn ich das Adjektiv für diese Serie benutzen würde, wäre es neben Unterlegen gegenüber John Wick, wäre es tatsächlich so dieses rohe Dreckige. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Ja, ich weiß nicht, ob du The Clone Tyrone gesehen hast, auch eine Netflix-Produktion, hat mich ein bisschen daran erinnert, muss ich sagen. Okay, der steht tatsächlich noch auf der Liste, weil der ja für einen Netflix-Film überraschend gut weggekommen ist. Genau, der war wirklich zu empfehlen. Ja, wir haben ja schon angedeutet, Mel Gibson ist ja das bekannteste Gesicht und der spielt hier den Cormac, ein Bösewicht, der so im Laufe der Serie auch immer ein bisschen mehr Fleisch bekommt, was so seine Motivation und seine Bös- oder Böshaftigkeit angeht. Wie fandst du denn jetzt Mel Gibson als Cormac? Hat er dich das Fürchten gelehrt oder war es eher so ein Bad Guy aus der 0815-Schublade? Ähm, ich würde sagen, er hat für mich sehr gut in die Rolle gepasst. Er war schon irgendwie, ich würde jetzt sagen, so ein Arsch, was man nicht mögen möchte. Ähm, so ein paar Dinger, die er gebracht hat und er hatte jetzt nicht unendlich viel Screentime, aber er ist jetzt ja auch nicht der Hauptcharakter, aber es war schon genug, würde ich sagen und für mich hat das sehr gut gepasst. Man hatte jetzt schon das Gefühl, okay, was er, gerade in der letzten Folge hatte er tatsächlich schon sehr viel Screentime, ähm, dass man ihm eigentlich nicht unbedingt über den Weg laufen will. Gerade, es gibt am Anfang, glaube ich, das direkt zur Einführung eine Szene, äh, wo vier der, äh, seiner, ich sag jetzt mal Handlanger oder der Auftragsmörder, die in dem Continentalhausen einen Auftrag führen, erledigen sollen und das nicht wirklich hinbekommen. Und, ja, sie kommen ja jetzt nicht unbedingt lebend aus dem Büro wieder raus, ne? Und er hat schon, ach stimmt, er hat wahrscheinlich sogar die expliziteste Szene, äh, in der ganzen Serie tatsächlich. Und, äh, doch, hat er schon, äh, angsteinflößend, sag ich jetzt, oder, ähm, ruhlos umgesetzt, würde ich sagen. Ja, weil sie natürlich an der einen Stelle, die du gerade ansprachst, da, da spielen sie ja ein bisschen mit den uns bekannten Regeln. Also, wer nun die John Wick-Reihe gar nicht kennt, der denkt sich, was, was meinen die jetzt? Erklären wir es einmal kurz. In der John Wick-Reihe ist es so, dass in den Hotels im Continental darf einfach nicht getötet werden. Also, es ist quasi so ein No-Go-Area für Gewalttaten. Ja, und mit diesem, äh, Habitus oder mit dieser Regel spielt hier die Serie an der einen Stelle schon sehr, sehr geschickt, wie ich finde, dass also der, der Cormac da seinen Schergen deutlich ankündigt, sodass er ja um diesen Umstand wüsste, dass er sie jetzt also nicht hier auf dem Boden des Continental umbringen könnte. Und dann, ja, kommt etwas zum Tragen, was natürlich so das, das deutlich macht, wie groß auch die Einfluss oder der Böse, die Boshaftigkeit und der Einfluss von diesem Cormac ist. Und das, das macht die Serie schon sehr, sehr gut, dass sie hier einen Bösewicht installiert und etabliert, bei dem er auch wirklich das Gefühl hat, so, also du Arschloch, das tut schon ganz gut, wenn du jetzt vielleicht nicht mehr so unbedingt lange auf dem Planeten wandeln wirst. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ich hab mir irgendwann die Frage gestellt, so, klar, also man darf ja nicht so diesen, diesen Solo-Fehler machen, dass man jetzt alles auserzählt und alles erklärt, was vermeintlich irgendwie dazu sorgt oder dafür sorgt, dass eine Figur die Figur ist, die sie am Ende von einer Reihe vielleicht ist. Das ist mir bei Solo da mal sehr ins Auge gefallen, weil ich immer so dachte, jetzt erklärt mir doch nicht, woher den Blaster, so legendär fand ich den Blaster von Han Solo nie und das mit dem Nachnamen ist halt auch geschenkt. Wie war es denn bei dir mit dem Winston? Also ich weiß, ich nehme es mal vorweg, ich fand es schon ein bisschen, oder zumindest an einem gewissen Punkt der Serie ein bisschen schwierig zu glauben, dass der Plan der eine ist und das andere dann sozusagen das Herauskommen aus der Serie ja sein wird, dass Winston irgendwann Chef dieses New Yorker Continental ist. Wie war es denn bei dir? Fandst du schwierig, meinst du? Ja, ich fand diesen Schritt manchmal so, dass ich dachte, da habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum die das jetzt so und so gemacht haben. Ja, ich meine, ich weiß nicht so ganz, ich glaube, was so ein bisschen fehlt, er hat ja eine Motivation, die in der ersten Folge im Grunde erklärt wird und die Motivation hat er jetzt nicht unbedingt als Ziel eigentlich, das Hotel am Ende zu übernehmen. das ist vielleicht, oder kann als Resultat daraus folgen und ist dann ja auch der Plan, aber es stimmt schon, wenn du sagst, dass eigentlich nicht so richtig vielleicht rüberkommt, warum er diese Person jetzt eigentlich sein möchte, die das am Ende in diese Rolle schlüpft. Und ich meine, man hat jetzt immer noch ein bisschen viel Zeit zwischen dem Ende der Miniserie jetzt und dann den John-Wick-Film, da sind ja jetzt nochmal, keine Ahnung, 40 Jahre dazwischen. Das heißt, da kann sich natürlich dann noch einiges entwickeln. Und ich glaube, er macht auch so ein bisschen so eine Entwicklung durch innerhalb der Serie, dass er ja schon auch ganz schön abgebrüht wird gegen Ende und vielleicht da auch so ein bisschen dann sich selber in der Haltung ändert und dann merkt, dass er vielleicht da ganz gut aufgehoben ist. Schließt denn für dich quasi die Serie auch die Lücke zu Winston am Anfang von John Wick Teil 1? Ist das für dich so organisch, dass sich das ergibt? Nee, ich glaube, da sind wir noch nicht. Da wäre es schon ganz cool, vielleicht noch mehr Zeit dazwischen oder mehr Informationen, was es dazwischen passiert, zu erfahren. Weil da sind ja schon noch einiges, er ist ja im Grunde im Anfang von John Wick 1 doch schon jemand, der, ich habe so das Gefühl, einer der höheren Manager in der gesamten Continental-Welt jetzt, weil er irgendwie schon viel Einfluss zu haben scheint und seine Schergen oder seine, in dem Fall würde ich gar nicht Schergen sagen, aber so die Leute unter Kontrolle hat und zu ihm kommen und der Sprung ist, glaube ich, jetzt schon noch vorhanden zwischen den beiden Figuren, sage ich jetzt mal. Ja, das würde ich auch sagen. Ich finde gerade in der Anfang von Winston, wo wir ihn ja so in London so als so eine Art, ja wie soll man es nennen, so ein kleiner Patrick Bateman, der so ein bisschen auf sein Äußeres achtet und auch bei den oberen 10.000 versucht so Geld einzusammeln für obskure Immobilienprojekte. Da fand ich, da hatte ich dann kurz das Gefühl, weil ich auch gelesen hatte, dass die Serie in den 70ern spielt, dass das eher so 80er Jahre Setting war, aber die Serie hat dann nochmal die Kurve bekommen. Aber da fand ich es dann schon spannend zu sehen, so dass der Winston, den wir dann in John Wick kennen, eigentlich mal so eine Art moderner Kapitalist war und jetzt quasi ja in der Serie, äh in der Serie, sag ich schon im Film, ja wirklich so dieses, ja erhabene, sehr auf die Geflogenheiten und Regeln beharrende ist. Und da sich teilweise ja, zumindest in den ersten drei Teilen immer relativ neutral bis dem, den Higher Ground heißt es glaube ich, also dem... High Table. Der High Table, genau, dass er da immer relativ hörig war und das sich ja erst so im vierten Teil entwickelt, dass da doch so ein bisschen sich davon emanzipiert wird. Apropos Higher Table, wie fandst du die Präsenz in der Serie von diesem Higher Table? Ähm, du meinst die Stellvertreterin, die wir gerade sehen vom High Table. Äh, interessant auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich hab vielleicht so ein bisschen zurückgehend auf Erwartungshaltung. Ich wusste gar nicht so richtig, was von der Serie zu erwarten ist und ich dachte tatsächlich, es geht schon noch ein bisschen mehr darum, gar nicht nur um Winzen, sondern wie ist eigentlich dieses Continental entstanden? Mhm. Ähm, oder diese ganze weltumspannende Organisation. Und hier geht's ja schon eher um das Kontinental New York und ich hätte fast gedacht, dass man vielleicht erst mal erfährt, wie sind überhaupt diese ganzen Institutionen etabliert worden, wie zum Beispiel der High Table oder die verschiedenen Hotels oder so. Man bekommt manchmal Einblicke in, ähm, was wir aus den Filmen kennen, was einfach noch ein bisschen kleiner, äh, aber schon vorhanden ist, sag ich jetzt mal, in der Serie. Und da hätte ich gedacht, dass man da tatsächlich mehr sieht, aber das kann die Serie jetzt nichts führen, dass es darum im Grunde weniger geht. Und das spielt dann da so ein bisschen mit rein. Der High Table war halt vorhanden. Mhm. Und es gab jetzt nicht, bei den John Wick Filmen war es ja dann so, aber es wurde einfach jedem Film eine andere Instanz hinzugefügt, die jetzt der Bösewicht ist, der bekämpft wird. So, äh, schon ein bisschen primitiv gewesen irgendwie. Und jetzt gibt's halt einfach den High Table und sie wird verkörpert von, als Repräsentantin jetzt von, äh, der eine Dame, dessen Name ich natürlich nicht weiß. Und sie hat dann auch ihren, ähm, Schergen an der Seite, der für sie die Drecksarbeit erledigt. Den fand ich tatsächlich schon ganz schön creepy, was er da ein-, zweimal für Aktionen durchzieht. Ähm, ja, und dann am Ende gibt's natürlich auch dann nochmal irgendwie ein Aufeinandertreffen. Aber war für mich jetzt nicht unbedingt die größte Bedrohung, würde ich sagen, in der, in der Serie. Mhm. Ja, das war so mein größter inhaltlicher Kritikpunkt, wenn man sich mit der John Wick-Reihe schmückt sozusagen, dass das mir deutlich zu kurz gekommen ist. Da hätte ich viel mehr erwartet, weil gerade so im Laufe des dritten Teils und dann natürlich im vierten Teil sowieso ist ja der High Table oder Higher Table ist ja das, das Instrumentum, was quasi alles in Gang bringt. Da ist ja nun schon lange nicht mehr der Hund oder das Auto wichtig bei John Wick, sondern das ist eher so die Folgen aus seinem Handeln und das, was der Higher Table da eben dann abverlangt und auch dann auf Winston ja irgendwann zukommt. Deswegen, das war so die kleine Enttäuschung. Naja, kann ich nachvollziehen. Hat sich außer den bereits von uns ja besprochenen Mel Gibson und diesem Colin Woodell, hat sich da irgendjemand von dir noch ins Gedächtnis gebrannt mit seiner Performance oder wen fandst du er besonders hervorstellend aus diesem doch relativ großen Cast? Ich fand's natürlich schon schön, muss ich sagen, Sharon zu sehen als Junge noch nicht Concierge, sondern eher, ich sag mal, rechte Hand von Cormack und also Mel Gibson und wie er sich da so entwickelt und so ein bisschen von seiner Hintergrundgeschichte erfährt. Und ich fand's auch spannend, was die eigentliche Geschichte hinter der Kommissarin ist, hinter Katie, die ich jetzt wahrscheinlich hauptsächlich noch irgendwie im Kopf hab, weil ich lange nicht wusste, was da eigentlich mit ihr los ist und dass sie auch erst ziemlich spät aufgeklärt wird. Das wären so die beiden, die mir noch... Und ja, meine Lieblings-Yenne ist ja mit Yen. Also Yen fand ich eigentlich auch ganz gut, aber sie war jetzt ja nicht überrepräsentiert. Aber das waren so die, die für mich jetzt noch hervorstechen. Ja, den Darsteller von Sharon, ich würd gern drumrum kommen, ihn auszusprechen, aber ich mach's trotzdem, ich versuch's mal. Ayumide Adegun, glaube ich, heißt der Gute. Klingt gut. Den werden wir im Laufe des Jahres noch in diesem Tribute von Panem Prequel sehen, dieses Ballad of Songbirds and Snakes, auf den ich im Jahres, der Jahresvorstellung, die ich bei Filmtoos gemacht habe, schon so ein bisschen Lust hatte. Mir aber gleichzeitig immer noch die Frage stellt, also der Trailer kam halt wahnsinnig spät dafür, dass er jetzt im November schon erscheint. Und dadurch, dass er auch gar nicht verschoben wird, scheint es ja zumindest so zu sein, dass die Star-Power dahinter ja eher gering ist. Also gut, da ist ja irgendwie Viola Davis, Peter Dinklitz dabei mit Jason Schwartzman, noch ein bekannter Name, aber ansonsten ist da ja nicht mehr die gute Jennifer Lawrence dabei, die jetzt da so ein bisschen in anderen Gefilden unterwegs ist. Das nur so am Rande zu dem Sharon-Darsteller. Du hattest so schön gesagt, Manuel, du hast eine Liste, eine Pickepackevolle Liste voller Notizen. Steht da noch irgendwas drauf, was du unseren HörerInnen am Schluss unseres Podcasts, bevor wir zum Fazit kommen, mit an die Hand geben möchtest und was zur Serie loswerden möchtest. Ich glaube, wir haben tatsächlich ziemlich viel abgefrühstückt, wenn ich hier mal meine Liste durchgehe. Dann darfst du gerne in Richtung Fazit abbiegen. Sehr gerne. Und dann hast du gleich das letzte Wort. Ich fand die Serie wirklich mitreißend und gut gemacht. Es war echt mehr tatsächlich Geschichte dahinter, als ich mir jetzt so irgendwie gedacht hätte. Ich hatte allerdings auch erwartet, was du angedeutet hattest, dass man so ein bisschen mehr vielleicht über die Entstehungsgeschichte an sich noch erfährt. Und gar nicht nur, wie ist jetzt der Werdegang von, ich sage jetzt mal, Winston Scott und den Leuten, die man aus den John-Wick-Filmen kennt. Fand ich aber doch super spannend. Und gerade mit Inszenierung und wie es handwerklich umgesetzt ist, gerade auch die Musik und der dreckige Look, fand ich es eine absolut empfehlenswerte Serie. Und würde sagen, dass man auf jeden Fall reinschauen sollte. Und wenn man schon anfängt, dann würde ich sagen, auch durchgucken. Weil man muss der Serie, ich würde nicht sagen, Zeit geben. Aber so die erste Folge ist noch Aufbau. Und dann geht es aber schon eigentlich ganz gut los. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich finde, das ist nicht nur was für Fans der John-Wick-Reihe. Natürlich kann man dann mehr damit anfangen, weil man so ein paar Hintergründe schon aus den weiteren Folgen beziehungsweise Filmen kennt. Aber ich sagte schon, auch für Fans, die mit Martin Scorsese's Filmen was anfangen können, die mit dem Guy Ritchie was anfangen können, der Snatch und Lockstock to Barrel. Ich erspare es euch. Bube, Dame, König, Gras. Und vielleicht noch The Gentleman, wenn wir den noch mit reinnehmen, so als letzten, in Anführungsstrichen, richtigen Guy Ritchie-DNA-Film. Also ich meine nicht den Guy Ritchie, der sowas wie The Covenant macht oder Wrath of Man oder sowas, die dann ja irgendwie so merkwürdig und stilistisch aussehen. Wer damit was anfangen kann, der ist bei The Continent echt richtig aufgehoben. Natürlich hinkt der Vergleich auf der Action-Ebene immer mit der John-Wick-Reihe, weil das einfach da den Kürzeren ziehen muss. Aber dennoch finde ich gerade, was Action und Härte angeht, ist das durchaus solide und was für Genre-Fans. Vergleiche, die man so als Serie heranziehen könnte, wäre tatsächlich auch schon so ein bisschen Gangs of London. Also da sehe ich schon gewisse Parallelen, was so den Härtegrad angeht. Aber sicherlich nicht die Action-Choreografie, die ist da noch ein bisschen besser. Aber das ist so ein bisschen so, hat so ein bisschen DNA von John Wick, ein bisschen von Gangs of London und ein bisschen was vom jungen Scorsese und von dem jungen Guy Ritchie. Und wer damit was anfangen kann, der soll auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Von den Darstellern her, der Cast ist sicherlich solide und die beiden herausstechenden sind mehr Gipsen, so wie der gute Colin Wooddale. Sehen könnt ihr die Serie, wie gesagt, bei Amazon Prime. Kommt nächsten Freitag und die Woche darauf dann raus. Dann habt ihr das Ganze auch schon hinter euch. Denn die drei Folgen, wenn man die am Stück sieht, das ist wirklich wie so ein etwas längerer Film. Und da hat man schon seinen Spaß mit. Manuel, ich danke dir dafür, dass du dir für uns und die HörerInnen die Zeit genommen hast, dir diese Serie schon mal vorab anzuschauen. Wenn ihr und wir nochmal Gesprächsbedarf haben, um ein bisschen mehr darüber zu sprechen, dann schreibt uns doch einfach an über unsere sozialen Kanäle. Überall, wo es Likes gibt, findet ihr uns sowieso. Denn wir haben es ja gesagt, wir haben es ein bisschen kryptisch gehalten, weil wir Spoiler vermeiden wollten, sodass die ein oder andere Überraschung vielleicht von euch nochmal diskutiert werden möchte. Schreibt uns das einfach an. Wenn ihr ansonsten uns abonniert auf den bekannten Kanälen, uns ein Like hinterlasst und natürlich eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, würden wir uns sehr darüber freuen. Wir finden, wie der Gutes Du es immer sagt, dass wir es verdient haben. Und ansonsten, Manuel, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und das letzte Wort gebührt wie immer unserem Gast. Ja, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer es hat Spaß gemacht, war schön, über die Serie zu reden. Ich wünsche euch draußen viel Spaß beim Schauen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus